Okay, zu weit, okay. Kleine Nebengeschichte. Es ist nun so, ich bin ein bisschen Musiker und habe keine pädagogische Ausbildung, aber es herrscht Lehrermangel, somit bin ich seit siebten ersten Lehrer an einem Gymnasium. Ich schülle eher noch mal was. Jetzt ist es so, ich habe am Samstag gespielt auf einer Veranstaltung, die heißt Österreich Next Topmodel. Und die schönste Situation war da, als plötzlich die Schülerin, die ich habe, in der siebten Klasse vor mir stand und ein Model ist. Gut. Und da warst du im Finale, oder? Ich war im Finale, mit ihr gemeinsam. Was waren die Freunde? Gar keiner. Ich würde das noch loswerden. Gut, ähm, was also geht da? Slotten. Ja, sicherlich. Was? Ja, sicherlich. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Dann denk ich mir, warum sind wir allein? Es sind doch viele auf der Straße und wir können zwei so sein. Doch dann wird es alles anders. Die Ampe wird grün und mit 140 Kärmern. Ein Kürtel wird gefahren und plötzlich sterben die Leute. Einzel, Einzel. Oh, I'm dreaming. Leute, oh, I'm dreaming. Sometimes I'm feeling, oh, I'm dreaming, that nobody real is alone. Oh, I'm dreaming, oh, I'm dreaming. Ich träume von der Bienemeier, die hat meistens Spaß daran. Geht durch die ganze Welt und hat noch immer keinen Mann. Oh, I'm dreaming, oh, I'm dreaming, oh, I'm dreaming. Bierkanzlei, die ist gut drauf, die trinken Bier zuhauf. Meistens um 20.30 Uhr ist Live-Musik und dann denkt man sich, wer hat den Beat? Ich hab den Beat nicht in meinem Mund, der ist in meiner Kiste und das ist gesund. Darum denken wir uns nichts dabei, wir träumen von Bierkanzlei. Bierkanzlei, 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 Dreistimmig bitte! Danke, war zehnstimmig!